Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dungeons 2. Ja, ich hab grad pausiert, weil sobald ich das Spiel starte, geht das Spiel natürlich weiter. Und irgendwie wollte der Erzähler uns was sagen und deshalb hören wir dem mal kurz zu. Die Lumpflanten sah es böde und unerfreulich aus. Keine Gegend, in der Charlie surfen würde. Okay. Es war also nur random Bullshit. Okay. Okay. Wir waren dabei, die Nagas zu rekrutieren, damit wir eine schlagkräftigere Armee aufstellen können. Denn eine schlagkräftige Armee besteht natürlich nicht nur aus Tanks und Damage-Dealern, sondern wir brauchen auch Fernkämpfer. So, ich hätte jetzt gerne mal... Ja, komm, gib mir mal die Wachstube und... Ähm... Verbesserte Schatzkammer, dann können wir mehr Gold lagern. Das ist auch immer ganz praktisch und schnelleres Heilen ist auch ganz cool. Und wir wollten uns irgend... Genau, hier wollten wir ein, äh, Lazarett reinbauen. Allerdings bräuchten wir dafür erstmal noch ein bisschen Gold. Aber unsere Schnörderlinge sind ja schon fleißig am Arbeiten. Ich hol mal noch zwei. Denn dann haben wir acht Stück, die Gold abbauen können und zwei, die, äh, sich um die Bierproduktion kümmern. Äh, zahltag... Jetzt haben wir 230, das ist kein Problem. Das wird natürlich später noch teurer, vor allem wenn Einheiten aufsteigen gesteigt auch ihr sollt. Ne, wir sehen hier Ork Hauptmann und Ork Eisenpelz. Das sind die beiden Alternativen, die wir später kriegen. Und bei denen kennen wir schon den Goblin-Schurken und den Goblin-Zirkobot. Die Wachstube war erforscht und stand bereit für den Bau. Kreaturen, die dort von der Terrorhand abgeworfen würden, würden Wache und besonders achtsam nach Eindringlingen Ausschau halten. Zudem konnten sie andere Kreaturen in der Nähe der Wachstube alarmieren und als Verstärkung herbeirufen. Ja, das werden wir später, äh, auch eventuell bauen, mal gucken. Aber hier sehen wir, hier läuft gerade eine Gruppe Abenteurer los und hier liegt ein Buch. Auch Regenerationsrate plus eins, das ist doch ganz nett, dann regenerieren unsere Truppen wenigstens ein bisschen Leben, wenn sie draußen sind. Ähm, außerdem möchte ich mal hier so zubauen. Das hier allerdings noch ein bisschen erweitern, bevor ich das zubaue. Denn ich habe ja schon erklärt, ne, mit den Wänden, dass das durchaus die Effizienz des Raumes steigert. So, ihr seid Bier am Saufen. Ähm, ne, die wollte ich eigentlich nicht haben. Ähm, wir können noch bessere Schatzkammer. Noch schnelleres heilen, aber wir haben noch keine Dinge ins. Äh, ne Tür können wir bauen. Aber ich würde persönlich erstmal einen Fallen bauen. So, und da wir noch keine Fallen haben, holen wir mal unsere Mutlimorcs. Und, ach, die machen das schon. Normalerweise könnten wir natürlich mit Zaubern auch ein bisschen helfen. Aber da wir ihn noch nicht haben, da wir auch kein Mana haben, müssen wir dann leider noch ein bisschen uns gedulden. Und einfach damit es schöner aussieht, wollte ich auch wieder zu machen. So, hab das bald mal. Mann, 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 ist nicht langsam. Auf jeden Fall. Wie gesagt, hier wollen wir ein Lazarett reinbauen. Wie viel kostet das eigentlich nochmal pro 60? Also wir können zumindest schon mal ein bisschen was bauen. Ziel der Rache des blutrünstigen Bösen war Kreutus, ein Halbgott. Ein überaus gutmütiger, gute Tatenvollbringer. Schon die Erwähnung seines Namens sorgte bei finsteren Gesellen für einen ekeligen Belag auf der Zunge. Den kennen wir doch schon, den Spruch. So, dadurch haben wir jetzt auch entsprechend zumindest schon mal zwei Betten. Dann können sich die Orks, die auf den Schnauzen gekommen haben, die Knummel dahin bringen. So, gute Nacht, Jungs. Und dann können die sich ein bisschen regenerieren. So, die bauen heute Holz ab. Äh, Holz sei schon Gold. Die erforschen weiter. Ähm, ja, für den Verdrescher haben wir nicht nur noch Gold. Den hätte ich gerne als nächstes. Denn der Verdrescher ist meiner Meinung nach die praktischere Falle im Gegensatz zu den in Schadztruhe. Warum, werdet ihr nachher sehen, wenn wir ihn denn erforschen. So, ähm. Wir können natürlich hier noch irgendwas hinbauen oder so, aber ich würde das einfach erst mal als Gang offen lassen. Äh, hier würde ich dann nachher einmal ein paar Fallen reinbauen. Und hier machen wir dann eine Wachstube auf. Und danach werden wir uns hier mal noch ein bisschen durch den Felsen buddeln. Denn meistens findet man dadurch noch irgendwelche nützlichen Dinge. So. Ähm. Hm. Das kostet leider natürlich alles ziemlich viele Werkzeugkisten. Mal erstmal volle 24 verbraucht. Und dann müssen die Goblins erstmal weiter schuften. Ich würde sagen, wenn wir dann das Gold hier ausgebuddelt haben, buddeln wir uns mal zu den Spinnen durch. Denn meistens wird man dadurch, äh, wird man dafür belohnt, dass man diese Spinnen ausbuddelt und vernichtet. Meistens halt mit einem Buch oder so. Eigentlich fast immer mit einem Buch und manchmal noch ein paar Eiltränken, die man ganz nützlich einsetzen kann. Hm. Achso, der Zugang hier ist zu. Okay. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich diesen Zugang die ganze Zeit noch nicht bemerkt? Dabei ist der einfach nur zu. Das erklärt einiges. So. Basteln wir hier mal noch weiter. So, wir sehen, hier hinten tut sich noch mehr Gold auf. Ich glaube auch, dass diese Goldquellen effektiver sind als die hier. Also ich habe immer das Gefühl, dass die, äh, Schnodderlinge da ein bisschen mehr rausholen. Nicht viel, aber ein bisschen. Jetzt machen wir ein bisschen in die hier. Okay, die wollte ich eigentlich nicht rausholen. Egal. So. Goldlager. Ich persönlich lieber in der Goldkammer. Statt im Thronsaal. Das machen die auch nur als Zwischenlager. Also eigentlich transportieren die das dann später noch weiter zurück. Aber jetzt gerade liegt das für die natürlich näher. So, ähm. Wir haben wieder einige Werkzeugkisten. Dann kann ich jetzt mal einen Verdrescher platzieren. Und dieser wird sich, sobald Gegner in die Nähe drehen, äh, Nähe bewegen. Und der dreht sich halt, sobald Gegner in die Nähe kommen und macht konstant Schaden. So, und die Gegner können den auch nicht kaputt machen. Außer, wichtig ist, ist ein Barde dabei. Barden, ja, sind halt die Spielverderber der Allianz. Anders kann man es nicht nennen. Komm, 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 komm rein. Und dann schnick auch. Ähm. Was hast du getan? Keine Ahnung. Das hat mich alle verwirrt. Ähm. Ja, ich würde, hätte jetzt gerne trotzdem mal eine Tür. Geht ja relativ schnell. Dann können wir, ne? Können wir nämlich hier, äh, Türen hinbauen. So, normalerweise könnte ich jetzt die Orks hier hinschmeißen und die würden halt, ne, mit dem Tordrescher zusammen kämpfen, sozusagen. Aber, da der leider noch, äh, akut, äh, Probleme hat, bzw. akut noch nicht aufgebaut ist, müssen wir leider da noch drauf warten. So, ich habe noch einen Goblin reingeschmissen, damit er ein bisschen schneller geht. Der wird ja glücklicherweise nicht angegriffen, das heißt, er kann danach direkt wieder zur Arbeit, äh, zurückkehren. Und uns fehlt Gold mal wieder. Hm. Ja, ich würde sagen, wenn unsere Verteidigung hier steht, Ähm, dann können wir uns eigentlich schon mal auf den Weg machen. So. Können wir, ah, ne, das Signalhorn müssen wir noch erforschen. Das können wir später erforschen, das Signalhorn. Ähm, das setzen wir einfach hier rein und da müssen wir keine Leute mehr da reinsetzen. Ähm, ich hatte irgendwie gedacht, dass wir das so schon haben, aber haben wir nicht. Schade, leider. Entschuldigung. Ähm. Ne, können wir auch noch nicht erforschen. Äh, ist aber nicht so schlimm. Dann machen wir uns nichts draus. So. Der baut das auf, dann können wir uns mal die drei Ops und einen Gobbo schnappen. Nehmen wir einfach mal, ja, den Produktiven würde ich gerne auch in Arbeit lassen, weil der produktiv ist und demnach schneller arbeitet. Das erkundungsfreudige Böse schickte seine Truppen erstmals an die Oberfläche. Vor ihnen taten sich die Sumpflande auf. Nun galt es, die Nagas zu finden und zu rekrutieren oder sich alternativ von der eingenisteten Armee der Allianz massakrieren zu lassen. Es war eine schwierige Entscheidung. Ja, finde ich auch. Und ich würde sagen, wir prüren uns erstmal mit der Allianz. Weil, kann ja nicht annehmen, dass wir hier rumsitzen, ne? Jetzt haben wir schon direkt wieder ein Level ab, das ist doch schön. Ähm. Ja, viel mehr können wir gerade nicht machen. Das ist sehr gut, dass da ein Gesundheitstrang rauskam. So, die Frage ist natürlich, wo wollen wir lang? Wir können hier lang. Damit kommen wir zu der Allianz-Horde hier. Können uns aber auch das Buch holen. In der Ferne konnten die Kreaturen des ultimativen Bösen ein massives Steingebäude ausmachen. Ein Tempel der Nagas? Offenbar gab es im Norden dazu einen Zugang. Die Horde setzte sich dort hin. Die Kreaturen des suizidgefährdeten Bösen machten sich auf den Weg in einen heimtückischen Hinterhalt. Letztlich überlegten sie es sich dann aber doch anders. Dann warten wir halt, bis wir ein bisschen mehr Truppen aufbieten können. Weil nur mit vier Truppen ist echt nicht so viel. Irgendwie fühle ich mich da auch nicht so sicher mit. So, einmal hier hoch. Von einem Hügel aus konnte die Armee des ultimativen Bösen den Tempel überblicken. Dort sah es für wahr nicht gut aus für die Nagas. Kröltos selbst, dieser ekelerregend grundgute Held, führte die Allianz in die Schlacht. Und dann die Schlangenwesen zum Rückt. Erst mit seinem Tod würde der Tempel wieder in die Hände des Bösen fallen. Das ließe sich arrangieren. Die Truppen des ultimativen Bösen stießen auf eine Patrouille der Allianz, die einige Nagas gefangen hielt. Natürlich machten sie sich sofort daran, die verhassten Helden zu zermalmen. Ach ja, und nebenbei könnte man dann natürlich auch diese Nagas befreien. Der letzte Kämpfer der Patrouille ging zu Boden. Die Kreaturen der Horde jubelten. Genau, und befreiten nebenbei die Naga. Diese schloss sich dem ultimativen Bösen mit Freude an. Das nach neuen Einheiten dürstende Böse schickte seine Kreaturen weiter voran, in die Richtung, in der das Lager der Nagas liegen musste. Die Nagas kämpften weiterhin gegen die Allianz, um ihren unheiligen Tempel zu befreien. Würde das ultimative Böse ihnen dabei helfen, diesen zu erobern, war ihm ihre Unterstützung sicher. Da sich das Formidabel mit der geplanten Rache an Kröthos kombinieren ließ, stand dem nichts im Wege. Wir haben Milsiris bekommen, eine Naga-Königin, wohlgemerkt. Also es gibt halt Nagas, Naga-Königin und Naga-Medusa. Naga-Königin sind die Heilerinnen der Horde. Haben wir ja eben schon gesehen, sie hat direkt angefangen. Hat halt eine recht große Reichweite und kostet sie halt ein paar Energiepunkte pro Sekunde pro Heilen. Stellt dafür recht gut Gesundheit wieder her und ist natürlich für Tanks ideal. Man hat vorne einen Tank, der wird geheilt, während er die Akku hält. So, dann fängt sie jetzt gleich irgendwann an zu heilen wahrscheinlich. Und zwar sagen wir es hier auch nochmal. So, und dann kann er nicht, oder ist es sehr unwahrscheinlich, dass er stirbt, während wir die Beeren hier verprügeln. So, was haben wir hier noch? Rüstung teilweise ignorieren. Das ist natürlich auch ganz cool. Das ist vor allem für Goblins ganz nützlich, finde ich. Ähm, schützt du mal kurz? Ja gut, er ist jetzt leider gestorben. Ähm, an sich wäre das kein Problem, wenn wir Zauber hätten. Der wird jetzt einfach hier oben vergammeln. So, leid ist es mir für ihn tut. Ich wollte ihn gerade noch wegziehen, aber ich war zu langsam. Ähm, macht dafür halt wieder ein bisschen Platz. Ja, hier war leider ein 2-2er, aber das macht man jetzt nichts dran. Wäre er im Dungeon, wäre das kein Problem. Okay, dann würde er einfach von einem Schnodderling ins Lazarett gebracht werden und würde dort halt wieder auferstehen. Das funktioniert an der Oberwelt nicht, dafür bräuchten wir einen Zauber. Die Bären hatte die Bären mühelos besiegt und ihre Vorräte an Bärenfleisch aufgestockt. Allerdings war Bärenfleisch keine Ressource im Spiel, sodass dies völlig irrelevant war. Leider. Ähm, normalerweise könnten... Wir haben später einen Zauber, hier, äh, panischer Rückzug. Mit dem können wir in einem kleinen Bereich alle unsere Einheiten in unseren Dungeon zurückbeordern. Und zwar auch die Bewusstlosen. Und die werden dann eben wieder behandelt, als wären sie im Dungeon selber gefallen. Sprich, äh, ein Schnodderling kommt, hebt die auf und fühlt sich. Ein kleiner Zug von Allianztruppen hatte sich hier versammelt. Durch die Anwesenheit von Nagas konnte das alles seelenböse selbst getarnte Einheiten zweifelsfrei wahrnehmen. Und die hätten die Ochser greifen müssen. Was zur Hölle, Spiel. Ach, manchmal... Ach, manchmal mag ich das Spiel nicht. So, sie hat jetzt eine erhöhte Crit-Chance, das ist ganz nützlich. Und, weil sie machen nicht wenig Schaden und vor allem sind sie halt weiterhin Fernkämpfer. Äh, deshalb ist das ganz praktisch. Frage mich allerdings, wir haben nur noch zwei Orks. Warum ist denn unsere Brückung nicht runtergegangen? Hm. Naja. Wird sich schon noch zeigen. Zuerst wird sich schon noch klären. So, wir wollen zu den westlichen Nagas. Endlich erreichte die Horde das Lager der Nagas. Diese konnten dem ultimativen Bösen nur wenig Hilfe anbieten. Allerdings erzählten sie von einem Artefakt, das in den Tiefen des Berges versteckt lag. Damit würde es ein leichtes sein, die Allianz zu besiegen. Durch ihre uralte Magie öffneten die Nagas ein Portal zum Artefakt. Das heimtückische Böse überlegte kurz, ob es diese Gefahr auf sich nehmen sollte. Aber letztlich ging es nur um das Leben seiner Kreaturen. Und das war ihm natürlich völlig egal. Na dann, gehen wir mal mit die Kreaturen durch. Die Horde hatte das Naga-Portal durchschritten und fand sich in einem alten Altarraum wieder. In dessen Mitte lag ein uralt erscheinender Gegenstand. Dies musste das Artefakt sein. Einige Kreaturen warten offenbar darüber. Ja, wir sind jetzt hier in einem kleinen Teil unseres Dungeons, der komplett vom Rest abgetrennt ist. Und hier haben wir Elementare. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die noch einen spezifischeren Namen haben. Auf jeden Fall sind die häufig die Wächter von Mana-Kristallen. Und hier sehen wir schon, was unser Verdrescher angestellt hat. Ähm, das sind nicht ganz genug, aber es ist schon mal einiges. Ähm, ich würde sagen, das schaffen wir uns so weit im Alleingang. Ohne die Orks, die für sie tanken. Du stellst dich mal ein bisschen weiter weg, damit du nicht die ganze Akro ziehst. Ich bin ja dabei. So, wir bauen auf jeden Fall jetzt erstmal da noch eine Tür rein. Denn die Türen halten die Gegner noch weiter auf. Also sie bleiben länger in dem Raum stehen. Und kriegen natürlich länger auch Damage. Ach, die ist jetzt bald mal. Meine Güte ist halt wie langsam. Ja, sie heilt halt die ganze Zeit noch, deshalb haut sie keinen Schaden raus. Ja, momentan kann ich ihr leider auch nicht befehlen, dass sie angreifen soll. Weil wir ja so gesehen in unserem Dungeon sind. Und demnach auf die Intelligenz unserer Kreaturen vertrauen müssen. Das ist nie gut. Sehe ich da tatsächlich immer noch einen Mechtharm-Artefakt? Ah, Stress nicht rum. Meine Güte, meine Oma hätte das Spiel in dieser Zeit komplett durchgespielt. Los jetzt, tu endlich was! So. Wir brauchen auch übrigens keinen Platz zwischen den Betten freilassen. Also das ist nicht irgendwie nötig. Deshalb können wir das ganze Lazarett einfach voll klatschen. Später kriegen wir noch ein anderes Gerät, was wir da reinbauen können. Das sehen wir hier eigentlich schon. Das wird schon ein bisschen gespoilert. Und zwar ist das ein Automat, der uns eben hilft. Als die Wächter des Artefakts beseitigt waren, fing das Artefakt zu glühen an. Lebenspunkte sehr schön. Das ist natürlich schön. So. Vielleicht war es eine gute Idee, es mal dort hineinzusetzen. Das Artefakt war derzeit noch ohne Magie leblos. Die Kreaturen des expandierenden Bösen mussten zunächst einige Mana-Kristalle freilegen. Dieses Mana würde nötig sein, um das Artefakt aufzuladen. Moment, das war ja schon gemacht. Wow, da sammelt wohl jemand Sterne für sein Fleiß, Heftchen. Streber. Doch ein Mana-Kristall an sich war ohne Wert für das ultimative Böse. Es bedurfte einer Kristallkammer, um dieses wertvolle Gut auch nutzbar zu machen. Schnell wurde ein Raum unter dem Kristall errichtet. Die Kristallkammer erstrahlte im Glanze eines neu erbauten Raumes, in dem es noch nach frischer Farbe aus dem Baumarkt riecht. Um diese effektiv auszunutzen, konnte das erfolgefreischaltende Böse nun auch Nagas anwerben. Zudem wurden ihm passenderweise genau jetzt vom Clan einige der Schlangenwesen zur Verfügung gestellt. Das ist ja nett für mich, klar. Ja, wir haben einiges an Mana-sammelnden Nagas bekommen. Und jetzt kann ich hier auch mal ein bisschen zeigen, wir können... Wir haben halt noch nicht genug Mana. Wir können Bildet die Horde, das ist... Also wir können die ersten drei Zauber erstmal freischalten. Ne, Quatsch, gar nicht mehr. Hey, wieso kriegt man einen Panischen Rückzug nicht? Also wir würden theoretisch die ersten vier Zauber kriegen, aber Panischen Rückzug fehlt. Schweine. Ähm, ja, äh, Bildet die Horde. Wir setzen irgendwo in unserem Dungeon ein Banner und alle Einheiten lassen ihre Arbeit liegen und gehen dahin. Ja, haben wir schon stehen. Ähm, ja, Bildet die Horde. Alle Kreaturen, die kämpfen können, lassen ihre Arbeit fallen und gehen sofort dahin. Ähm, der Blitzschlag, ja, ist halt einfach ein Blitzschlag. Wir schmeißen irgendwo ein paar Blitze hin. Und unsere, äh, Gegner erleiden halt dementsprechend an diesem Punkt Schaden. Ich sehe gerade, die haben einen Baden dabei. Der muss Reportaufgaben werden. So. Während das ultimative Böse seinen Dungeon verteidigte, erreichte es eine Hilfe auf einige eingestarrter Narvas in einem weit entlegenen Gebiet. Vielleicht konnte es sie mittels eines Zaubers retten, den es in der Kristallkammer freizuschalten galt. Und, ja, das sind die ersten vier Zauber, die wir zur Verfügung bekommen. Äh, wenn wir jetzt das Mana bekommen, dann können wir auch, wir können natürlich in den, äh, Kristallkammern unterschiedlich forschen. Also wir können in dieser Kristallkammer hier erforschen wir erstmal, äh, ein erhöhtes Bevölkerungsmaximum, dass wir ein paar mehr Kreaturen ausbilden können. Und hier werden wir dann gleich den panischen Rückzug erforschen können. Was ich auch tun werde, weil den nicht haben. Äh, außerdem wollte ich mich mit den Spinnen gleich mal anlegen. So, was sagt denn eigentlich hier unsere Schatzkarakter? Nachdem die Welle-für-Welle-Taktik der Allianz bisher keine Erfolge gebracht hatte, hatte ein strategisches Genie sich entschlossen, einen zweiten Eingang nach unten zu öffnen, um dort Einheiten, nun ja, Welle für Welle, in den Dungeon zu schicken. Ach, jetzt haben die das auch aufgemacht, na super. Äh, okay, die greifen jetzt die Tür an. Die haben keinen Baden dabei, das ist ganz angenehm. Das Artefakt füllte sich mit Magie. Es dauerte weder zu lange, noch ging es zu schnell. Es war genau dann vollständig gefüllt, als der Level-Designer es beabsichtigt hatte. Okay, wunderschön. So, wir können da nachher mal aufräumen. Äh, ich denke mal, die hier, die werden von dem Verdräscher alleine schon fertig gemacht. Das reicht. Dann können wir mal unsere Orcs nutzen. Und... Äh, hallo, kurz sagen. Ich hätte gerne mal ein paar Nagas. Achso, die drei oben hier, das sind hier die drei. Okay. Sag mir das doch. Äh, ich hätte gerne mal die Naga und die Naga. Hierbei dahin, die drei nach vorne. Es sind Feinde in eurem Dungeon. So, hier erforschen wir jetzt mal den panischen Rückzug. Hier den Kampfschrei. Habe ich kein Mana für. Dann hole ich mir halt noch mehr Mütter. Ja, und das sollte man natürlich auch nutzen. Immer weiter wurde das Artefakt mit Magie geladen. Bald würde es soweit sein. Ja, wir müssen das Artefakt nach 50 Sekunden lang beschützen. Das kriegen wir hin. So gerade eben noch. Aber die sterben einfach wieder am Verdräscher. Das ist gut. Das habe ich gerne so. Moment. Falle nicht mehr funktionierfähig. Warum das? Wieso hat der aufgehört zu arbeiten? Das finde ich voll nicht in Ordnung. Na, dann machen wir es halt mal auf die gute alte Blitzschlagmethode. Brutzel, Brutzel. Und dann können wir noch mehr. So, ihr seid fertig. Dann kann ich meine drei, vier neuen Orks... ...mal da abschmeißen. Dann können die sich da rumkümmern und schon mal ein bisschen leveln. Ähm, sonst können die Nagas weiterarbeiten. Dann warst nahezu vor Energie. Es war nun bereit, dem ultimativen Bösen bei der Eroberung des Tempels zur Seite zu stehen und produzierte eigenständig Mana. Zudem erlaubte es dem ultimativen Bösen einen Zugriff auf einige weitere Zauber. Nun war es an der Zeit, den Tempel zu erobern und Krötos zu vernichten. Das ultimative Böse zog seine Truppen zusammen, um sie in einer gemeinsamen, verheerenden Welle angreifen zu lassen. Ja, das machen wir später. Ähm, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass hier unsere Verteidigung ins Laufen kommt. So, äh, da ist schon wieder einer. Die Fallen haben die Aktivierung. Schweine. Bei, ich mach das mal gerade ganz, äh, was heißt ganz, ich mach's mal halbwegs klug. Ich halte mal unsere Einheiten in der Hand. Warte, bis die ganzen Typen mal zu unserem Dungeonherz kommen. Zuerst schmeiß unsere Einheiten da mal hin. Dann werden die jetzt gleich das Dungeonherz angreifen und unsere Kreatoren stürzen sich dann auf die. Und währenddessen nutze ich meinen Mana, um den Baden auszuschalten. Denn ich mach den Baden nicht. Du bist viel zu voreilig, Kumpel. Würdest du sonst mein Leben bezahlen, Zeit? So. Da kommen noch ein paar. Die kriegen auch auf die Schnauze. Und wir können hier dann auch mal Teergrube und Verdrescher hinbauen. In einem geheimen Raum waren einige Kreaturen versteckt gewesen, die sich dem ultimativen Bösen angeschlossen hatten. So. Ja, für eine Tür bräuchten wir hier noch eine Wand, glaube ich zumindest. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber es klingt irgendwie logisch. Äh, deshalb warten wir mal kurz, bis unsere Kreaturen sich hier so durchgebuddelt haben. Das ultimative Böse hatte einen Zauber erlernt. Damit würde es die Nagas retten können. Sofort machte es sich daran, dies in die Tat umzusetzen. Jupp. So, dann haben wir nämlich zwei Medusen und noch eine weitere Königin. Durch das Wirken des Zauber waren die Nagas sicher in den Dungeon des ultimativen Bösen gelangt. Ausgezeichnete Arbeit. Die Medusen, wie gesagt, können versteinern, was ziemlich geil ist. Ähm. Und ja, die Königin heilt halt weiter. Das ist sehr angenehm. Aber wir sind immer noch nicht zu den Spindeln durchgebrochen. Das hat mich persönlich ein bisschen überrascht, aber... Also ich hätte gedacht, dass wir mittlerweile die... Äh, äh, da hinkommen. Aber gut. Ähm. Ich hätte gerne mal noch ein paar Goblins und noch ein Ork. Äh. Jungs. Na kommt. Dann prügelt euch halt mit meinen Orks hier. Da, da. So. Viel Vergnügen dabei. Und das Spiel speichert. So. Äh. Da wollte ich noch haben. Außerdem. Hätte ich gerne... Oh ne, habe ich schon. Sonst können wir dich noch erforschen. Einfach weil wir was können. Und das war's, was wir aktuell tun können. So. Hier habe ich... Das hier. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden bei mir, aber egal. So. Platz für Gold. Hoffentlich hat niemand Arachnophobie. Ein Spinnennest wurde entdeckt. Dankeschön. So, da können wir auch wieder unsere Orks reinschmeißen. Dann können die nämlich ein bisschen arbeiten. Beziehungsweise ein bisschen kämpfen lernen. Okay, damit wir uns richtig verstehen. Du sollst endlich Krötos angreifen und fertig machen. Große Endschlacht und so. Alles klar? Dann los! Attacke! Nö, gerade noch nicht. Ciao, Tag. Ähm. Denn ich will erst noch... äh... meinen Dungeon zu Ende erkunden. Beziehungsweise auch zu Ende erforschen und alles. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. So, ich denke mal, wenn wir das aufbrechen, kommt das nächste Spinnennest. Die Orks. Gehen wir da in die Arbeit. Dann können wir da auch noch eine Tür hinpflanzen. So, sehr schön. Die Wachstube bringt hier zwar nichts, aber wir bauen sie trotzdem. Einfach, weil... Es sind Feinde in eurem Dungeon. So. Das hier können wir theoretisch auch schon alles wieder zuschütten, weil wir brauchen es ja nicht mehr. Glücklicherweise, äh, handeln die Schnodderlinge, was das angeht, sehr intelligent. Das heißt, die werden erst hier hinten anfangen, das zu buddeln. Und sich dann nach vorne arbeiten. Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. So. Dann verbrüllen wir auch nochmal die Spinnen. Die Allianzler da hinten kriegen von unserem Vertrecher auf die Nase. Und hier sehen wir, ähm, eine noch effizientere mit, äh, Goldquelle. Regenerationsrate, ja, komm, gönn dir. Und Chance für kritische Treffer. Das habe ich persönlich lieber auf, äh, Nagas. Oder halt auf Goblins, ähm... Das bekommst du. Äh, was macht ihr hier, Jungs? Habt ihr nichts zu tun? So, da kann auch noch zugeschüttet werden. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Und dann werden wir die letzten paar... ...Bevölkerungspunkte noch weiter aufbrochen. Mehr können wir momentan auch nicht erforschen. Äh, es geht später noch weiter hoch. Es geht über 30. Aber aktuell halt nicht. So, noch von jedem eins. Äh, dann würde ich auch einfach sagen... ...schnappen wir uns erstmal alle Kreaturen. Schmeißen die vor die Nase der Gegner. Es gibt leider keine Taste, mit der man alle Kreaturen aufheben kann. Das würde ich mir noch wünschen, so ein bisschen. Außerdem ist es übrigens immer sinnvoll, ähm... ...zuerst seine Tanks aufzuheben. Denn... Äh, zuletzt seine Tanks aufzuheben. Entschuldigung. Denn was man zuletzt aufhebt, wirft man zuerst ab. So, und das führt halt dazu... ...wir schmeißen dann zuerst immer unsere Orks irgendwo rein. Ehe wir dazu übergehen... ...äh... ...den Rest abzuschmeißen. Und zwar in sicherer Entfernung. Sodass sie nicht direkt angegriffen werden können. Und sich... ...nur wenige Meter bewegen müssen, um selber an der Schlacht teilnehmen zu können. Vor allem bei den Nagas, die ja eh Fernkämpfer sind. Ist das ganz sinnvoll. Die nicht in Nahkampfreich weiter abzuwerfen. Und die Goblins, ja, die kriegen... ...meiner Meinung nach wesentlich zu schnell auf die Mütze. So, wir haben nichts mehr in Dungeon an Kreaturen, aber das brauchen wir auch nicht. Übrigens, äh, noch ein kleiner Hinweis zu... Hä? Spiel? Dankeschön. Mühelos vernichtete das ultimative Böse, oder genauer, seine Kreaturen, das Lager der Allianz. Hier würde es vielleicht später ein Luxushotel für gestresste Dungeon-Manager errichten lassen. Ja gut, hat sich ja jetzt richtig gelohnt hier. Ähm, übrigens, was zu zaubern noch zu sagen ist, äh, wir können natürlich nicht überall auf der Messe... ...wenn wir können... ...das kann nicht... ...theoretisch, das hier müsste eigentlich schon verdorben genug sein, um... ...damit wir da zaubern können. Aber wir können zum Beispiel nicht irgendwie einen Zauber hier in das Lager reinschmeißen. Das funktioniert so nicht. Aber, äh... Naja. So funktioniert das. Die Kreaturen sind noch angewählt. Gehen die jetzt alle automatisch da hinten durch? Das wäre voll gut. Sieht nämlich gerade irgendwie stark danach aus. Ah, sehr schön. Dankeschön. Nächstens ein bisschen was. So, also hier können wir zaubern. Hier könnten wir zum Beispiel schon nicht zaubern. Ist halt gerade wichtig für panischen Rückzug. Da muss man immer darauf achten, dass die Kreaturen halt... ...entsprechend auch in der Lage sind. Beziehungsweise dass man in der Lage ist, dort zu zaubern. Äh, was macht ihr hier eigentlich? Gut, komm bitte. Ihr habt zu tun. So. Jetzt könnt ihr auch noch in den Kampf eingreifen. So. So, du hältst die noch voll. Sehr schön. Und... Es war jetzt an der Zeit, gegen Kröthos zu kämpfen. Nach einer langen Pause stellte das unsagbare Böse seiner Armee auf und zog gegen ihn in die Schlacht. Ja, wir sind hier auf dem Weg. Ich dachte, dass die Horde einen anderen Weg einschlagen würde, weil hier ein Hinterhalt wartete. Offensichtlich scheint das aber hier jemandem völlig egal zu sein. Ja, ich wollte nur das Buch holen. Und da wir noch keine Goblins-Schurken haben, die das machen können, was haben wir jetzt eigentlich bekommen? Ach, der Regenerierende, na toll. Das, was man eigentlich nicht unbedingt auf Goblins braucht. So, unsere Nagas können wir eben schnell heilen, bitte. Ich habe meine Truppen die über voll geheilt. Und dann würde ich sagen, das Heilen können die auch eben Offscreen machen. Beziehungsweise werden die Offscreen weitermachen. Ich mache jetzt hier Schluss. Und in der nächsten Folge ziehen wir dann gegen Krötos in die Schlacht. Den ollen Halbengel hier. Zum Halbgott. Ne, Allianzler. Ekelhaft. Auf jeden Fall war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns nachher wieder. Bis dann. Ciao, Freunde. Ciao, Freunde.